Als nächstes, Freunde, machen wir mal eine Try-Not-To-Last-Challenge, okay? Von dem Ehrenbruder bei dem Kanal Unusual-Videos, ja, Unusual-Videos, ja, Unusual-Videos, Alter, es geht schon los, ich kann nichts schreiben. Unusual-Memes-Compilation V130, Version 130. Leute, versucht in diesem Video bitte nicht zu lachen, okay? Versucht nicht zu lachen, okay? Und damit meine ich ja wirklich nicht lachen, okay? Bitte alle mal versuchen, nicht zu lachen. So, ich setze jetzt den Stuhl wieder normal. Und wir gehen rein. Let's go! Oh mein Gott, das war so süß! Der arme Hund! Oh man, der arme Hund. Oh, wie der so fällt! Wie der so fällt! Oh nein. Lol, was macht der da? Oh, der springt, springt nicht zu hoch. Springt nicht zu hoch. Bro, Horror-Katze. Ich glaube, es ist ein bisschen zu leise, ne? You just have to listen to how loud this door is. Look. Wie lautet... Bro! Was war das für eine Tür? Oh mein Gott. Die Krabbe haut damit ab. Yay! Jetzt... Okay, das fand ich jetzt nicht so witzig. Oh yeah. Gib mir den Beat. Hä? Lol. Wurde das nachträglich zensiert? Ich glaube, das sieht danach aus, ne? Ja, du kannst einfach nichts sehen. Lol. Okay. Jetzt bin ich umso mehr gespannt, was im Original-Video drin war. Der neue Nachbar ist nice. Oh, das ist ein schöner Labrador. Ja. Oh mein Gott, war das süß. Oh oh. Oh ja, es ist nicht okay. Oh nein. Oh Gott. Das kam... Das kam echt unerwartet. Okay, nicht gelacht. Puh. Bro. Das war... Oh ja, es ist nicht okay. Jetzt ist es nicht okay. Oh Gott. Nein, es war... Ich hab nicht gelacht, Leute. Ich hab nicht gelacht. Was ist das? Was ist das für ein Tier? Das sind Waschbären. Ja. Oh, guck mal, wie süß. Die sind voller Keime und Bakterien, so Waschbären. Die sind so dreckig. Den ganzen Müll, das sie anfassen. Ey. Ich hab' noch mal klauen. Yo. Er will mir die iPhone-Kamera klauen. Shin Destroyer 3000. Was macht er denn jetzt? Was macht er denn gerade? Oh. 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 Schienenbein. Ah. Yo. Das sah mir aber nicht so ganz bequem aus, muss ich sagen. Oh, das ist ja süß. Oh, hier du gehst. Sweet. Ist schon süß. Shh. Ist das ein Hund oder ein Affe? Ey, aber... Was ist denn das für eine Lache? Ey. Was laber ich? Was laber ich für Lachen? Aldi-Zock. Perfekt. Ich hab' gesagt Lachen. Natürlich. Der Hund lacht. Das ist es. Deswegen hört er sich so komisch an. Deswegen, Leute. Das ist nur Lachen. Kein Bellen. Nein. Jetzt schon wieder zensiert. Alter. Oh mein Gott. Es ist zugefroren, ne? Ah. Ich hasse Wasser im Auto. Gönn der Katze mal ihr, 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 äh, Fleisch. Ich hab' ja jetzt aber irgendwie nicht so verstanden. Was mit der Tüte los? Okay. Oh mein Gott. Die Katze hat einfach einen Hut. Ja. Ey, komisch. Ey, voll vieles zensiert. Ne? Erstaunlich viel zensiert in diesem Video. Warum? Oh mein Gott. Ist das süß. Ist das ein Türstopper? Jetzt würde ich aber umso mehr gerne wissen, was das war. Was ist da auf der Toilette vorgefallen? Was hat der da gemacht? Hat der da gekocht? Oh. Ein Geist. Bro, das war wirklich nicht gefakt oder so. Also, gespielt hier mit der Katze, meine ich. Wo kamen die denn auf einmal her? Ich hab da gar keine Katze gesehen. Nein. Das Ding klebt an der Decke. No. Oh, der Bikuin. Lauf. 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 Das ist niemals real. Oh. Es ist doch eine Figur. Nein. Es ist eine Figur. Nein. 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 Ich werde nicht lachen. Ich werde nicht lachen. Nein. Nein, ich werde nicht. diese Hupe. Oh mein Gott. Einfach Fluch der Karibik. Das ist doch illegal. Also, nicht die, dass Fluch der Karibik illegal ist. Das ist Titanic. Wer schreibt hier, das ist Titanic? Freebree. Erstmal Freebree. Erstmal Timeouten. Spaß. Natürlich jetzt nicht Timeouten. Aber Alter. Aber Alter. Erstmal Fluch der Karibik. Ganz genau. Da, 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 da. Das ist Titanic. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Da habe ich voll verpeilt. Da habe ich ja den falschen Film gesehen, Bruder. Ich habe den falschen Film gesehen. Aber Hupen, so gespielte Hupen mit Melodien sind ja in Deutschland, Polen, also ganze EU nicht erlaubt, ne? Vor allem dieses, dieses, kennt ihr das, wenn Feuerwehrwagen an euch vorbeifährt? Dieses, die, 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 die. Weil wegen, das ist der, ähm, der Doppler-Effekt. Genau, Leute. Hier lernt ihr was. Noch auf meinem Kanal lernt ihr was. Das ist der Doppler-Effekt. Da ist es ja so, das Sound bewegt sich ja mit einer Geschwindigkeit von, glaube ich, 300 kmh. Und wenn ein, äh, wenn, wenn ein, äh, Auto mit 50 kmh an euch fährt, dann hat die Akustik quasi, ist sie gepresst, kommt auf euch gepresst, deswegen kommt sie höher. Und wenn sie dann von euch weggeht, über den Doppler-Effekt, wird die Frequenz gestreckt. Und deswegen hört sich das so an. Sorry, dass ich das jetzt erklärt habe, aber nur damit ihr verstanden habt, warum das jetzt nicht so immer anhört, wenn ein Auto oder ein Sirene an euch vorbeifährt. Wo ist denn der Sound jetzt hin? So. Boah, davon könnte man eigentlich eine richtige Beatbox-Version machen. Er will den schlagen. Oh, schon wieder. Schon wieder zensiert, ich glaub's nicht. Was ist Flucht der Kar... Da hat jemand wirklich geschrieben, was ist Flucht der Karibik? Ach nein, was ist Flucht der Karibik? Ach so, keine Ahnung, ich kenn den Film nicht. Flucht der Karibik kenn ich nicht. Die Katze. Streiten die sich jetzt um ne Gurke? Die wird erstmal heftig gejumpscared. Ist das ein Omelette? Oh, what? Oh, wow. 5.000er IQ-Move, Bruder. Warum legt man, ey, das Eis doch dran geklebt? Oh mein Gott, wie süß. Oh mein Gott, ist das süß. Oh mein Gott, der Hund ist ja so süß. Oh mein Gott, der Hund hat einfach einen Wasserabfluss gemacht. Moment mal kurz. Was ist das eigentlich? Ist das ein Wasserrohr? Ah, das ist ein undichtes Rohr, wo das Wasser eigentlich durch das Rohr hier durchlaufen muss. Aber dann läuft das Wasser hier aus und der Typ lässt es einfach in diese Öffnung rein. Ja, genau. Geiler Effekt eigentlich, finde ich das sogar ein Upgrade. Nicht gelacht, nein. Oh, süß. Was? Bro. Und solche Leute... Ja, die würde ich gerne in den Physikunterricht schicken. Ich wollte nur sagen, Physikleistungskurs war bei uns nicht eine einzige Frau. Wirklich. Ich wollte es nur gesagt haben. Vielleicht wäre das fürs Leben was Wichtiges. Oh mein Gott, ist der süß. Ist das ein Popper Radiant? Ist das ein Popper Radiant? Nein. Keine Drohnen in der Wohnung fliegen. Niemals. Niemals. Nein. Das Ding wird so nicht mehr rein... Nein. Das Ding wird rausfliegen. Nein. Nein. Oh. Oh mein Alter. Okay, Leute. Damit ist das Video jetzt vorbei. Genau. Erstmal ein süßer Hasen noch. Leute, checkt unbedingt aus. Link in der Beschreibung, wenn ihr noch mehr solcher Nicht-Lachen-Challenges machen wollt. Bei unusual Videos, unusual Memes. Checkt ihn aus. Lasst ein Like da. Ich lasse erstmal natürlich auch einen Daumen nach oben da. Alter, der hat schon über 105.000 Daumen nach oben. Checkt ihn aus, Leute. Lasst ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. ID ist raus. Haut rein von uns. Ciao.